Die Modellbahn entsteht von Null auf bis zur Traumanlage und wir kommen so allmählich zu den Sachen, die extrem viel Spaß machen, denn wir kommen langsam wieder so weit, dass man die Gleise wieder sehen kann. Unser Crepe-Pand, unsere Crepe-Abklebefolie kann weg, denn jetzt geht es langsam an das Verschönern der Gleise. Ich habe mal ein normales Gleis mitgebracht, das ist das C-Gleis, das Sie hier in meiner Hand sehen können. Und dieses C-Gleis hat den großen Vorteil, dass es bereits eine Böschung hier hat. Das ist bereits eingeschottert, das heißt, es hat bereits diese Gleisböschung an der linken und rechten Seite. Das sieht also hier schon sehr, sehr realistisch aus. Und wenn man das jetzt nochmal ein bisschen übergängiger macht mit der Landschaft, dann sieht das natürlich besonders gut aus. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir schottern mal auch das C-Gleis ein. Und ich habe jetzt mal hier schon den ersten Bereich, wo ich die Folie mal runter machen kann. Sie haben in den letzten Episoden gesehen, wir haben langsam angefangen, Gips aufzutragen. Ich habe die Anlage komplett hier angemalt. Es ist eine Grundierung drauf. Ich habe mir bei der Grundierung ein bisschen mehr Mühe gegeben, als man eigentlich machen müsste. Denn später kommt da ja noch so eine Grasbeflockung drauf. Also ein Grasgemisch. Und dementsprechend ist das hier von der Schattierung wahrscheinlich viel zu viel. Denn so viel wird man gar nicht mehr sehen. Aber erfahrungsgemäß ist es so, je sauberer Sie hier arbeiten, desto realistischer das schon ohne die Begrasung drauf aussieht, desto schöner wird es dann auch, wenn Sie das in die Jahre mal so sehen, wie das dann bleibt. So, ich mache mal hier die Klebebänder einfach runter. Und Sie sehen, auch hier sind die Signale heruntergemacht worden. Ich habe die extra runtergemacht, damit mir die nicht kaputt gehen beim Bekleben. Hier ist noch ein bisschen Gips. Der ist jetzt trocken. Den können wir nachher einfach mit dem Staubsauger wegmachen. Und ich mache jetzt einfach mal die Bahn bis zu diesem Bereich hier frei. Denn das nutzen wir jetzt mal als erstes Stück, um da die Gleise einzuschattern. Alles, was Sie zum Mitmachen brauchen bzw. zum Nachmachen, finden Sie auch wieder im Beschreibungstext zu diesem Video. Ich bin gleich wieder da. Sekunde. So, kurz den Müll zum Müll bringen. Da ist noch ein Signal frei. Und jetzt wird es ein bisschen gebazelt werden. Was wir jetzt brauchen, habe ich mal vorbereitet. Und zwar, wo habe ich es? Genau, hier hinten. Jetzt brauchen wir zum Beispiel das hier. Das ist ein spezieller Schotter von der Firma Busch. Und der ist passend für die Märklin C-Gleise, wie hier an der Seite zu lesen ist. Das heißt, wenn wir den nehmen, dann sieht der von der Farbe fast genauso aus wie das C-Gleis. Und was wir jetzt also machen wollen, ist, dass wir genau diese Abstände hier an der Seite, die wollen wir einfach noch ein bisschen einschottern, sodass es hier ein richtig schönes, großes, breites Schotterbett gibt. Auch hier zwischen den Weichen. Das können wir gleich sehr schön einschottern und natürlich auch ins Tunnel hineinschottern. Also das ist so ein bisschen das, was wir jetzt in den nächsten Minuten gemeinsam vorhaben. Was wir dazu noch brauchen, ist ein Schotterkleber, den man wie so eine Pipette verwendet. Der wird also dann später nochmal richtig fixiert, der Schotter, mit so einem Kleber. Das ist dieser hier. Da habe ich jetzt mal einen genommen von Heki. Es gibt aber auch einen von Busch und von Noch. Also da gibt es auch wieder verschiedene Fabrikate. Und den verwenden wir gleich. So, ich mache mal den Krach hier kurz weg. Dann hören Sie mich auch besser. So, einmal kurz das Kreppband hier runter. Das ist immer das, was am meisten Spaß macht. Und man sieht, ha, es ist gut geworden. So, also jetzt ist die Strecke frei. Noch ganz kurz hier noch Platz für ein Signal. So, na, da ist das ein bisschen noch abgegangen, der Gips. Aber egal. So, das kriegen wir nachgebessert. Gut, jetzt können wir folgendes machen. Jetzt nehmen wir einfach mal so einen Leim, so einen Leimgemisch. Das ist ein Graskleber. Da habe ich extra mal eine größere Packung organisiert. Denn davon brauchen wir eine ganze Menge noch auf dieser Anlage. Das ist jetzt noch eine Packung, die ich noch offen hatte. Da ist vom letzten Mal schon eine ganze Menge verbraucht worden. Und die nehme ich jetzt einfach mit einem Pinsel, gehe da rein und streiche meine Schienen hier so an der Seite leicht damit ein. So, hier an der Seite mache ich das einfach. Da bin ich ruhig ein bisschen großzügig mit dem Leim. Denn da werde ich jetzt gleich einfach meinen Schotter einträufeln. Und ähnlich wie letztes Mal bei unserem Asphaltgranulat. Dort, wo kein Kleber ist, ist zwar vielleicht trotzdem gleich der Schotter. Den kann ich aber später mit einem Staubsauger einfach absaugen. Und wenn Sie den Schotter später nochmal verwenden wollen, dann nehmen Sie einfach eine Socke über den Staubsauger und saugen Sie die Socke rein. Dann können Sie den Schotterkleber, der übrig geblieben ist, noch verwenden. So, und jetzt ist schon das Erste passiert. Ich habe nämlich hier reingetropft. Das sollte nicht passieren, denn sonst kriegen Sie die Weiche später nicht mehr bewegt. Das am besten, solange das noch der Fall ist, auch abkleben oder jetzt einfach mit Wasser gleich wegmachen. Denn noch ist dieser Kleber so, dass man ihn wegkriegen kann. Jetzt am besten mit einem nassen Lappen arbeiten. Ich hole mal ganz kurz einen nassen Lappen. So, und jetzt nochmal kurz den Schotterkleber, den Weißleim hier raus, damit wir die Weiche nicht kaputt machen, denn die wollen wir nicht mehr ausbauen. Die soll jetzt dafür immer drin bleiben. So, dann kleben wir hier weiter. So, den schön abtropfen und einfach hier festkleben. So, dieses ganze übrige Gipszeug, das kehre ich jetzt mit dem Pinsel einfach mal dahinter. Da kümmere ich mich später drum. Und ich kann jetzt einfach hier schön entlang gehen. Der Leim braucht ein bisschen, bis er trocknet. Der muss eh über Nacht trocknen. Das heißt, wenn ich da jetzt ein bisschen langsamer arbeite, ist das kein Drama. Da habe ich ein bisschen Zeit dazu. Und jetzt kann ich das hier schön mit dem Weißleim hier ausstreichen. Das bitte gründlich machen, denn dort, wo wie gesagt kein Leim ist, kann auch kein Schotter festkleben. Und ich mache das immer so, dass ich ein bisschen großflächig einmal der Schiene entlang arbeite und immer so einen ganzen Bereich mache. So, hier noch rein. Da rein. Da ruhig ein bisschen festkleben hier. Denn es soll ja einen schönen Übergang geben zu dieser Wiese später. So, hier machen wir ruhig ein bisschen mehr an dieser Stelle. Da nicht. Und dann hier nochmal. Jetzt können wir das hinten an der Einfahrt zum Tunnel auch nehmen. Da nehmen wir auch ein bisschen was. Und ich mache das auch in das Tunnel ein bisschen rein hier an der Seite. Das mache ich jetzt gleich mit einem kleinen Kaffeelöffel dann da rein, mit einem Teelöffel. Damit das hier einen realistischen Übergang gibt. Denn natürlich ist auch im Tunnel geschottert. Also gebe ich auch hier ein bisschen Leim rein. Und schotter das hier gleich fest. Wie gesagt, das müssen Sie eigentlich bei dem C-Gleis gar nicht machen. Denn das C-Gleis hat schon so eine Schotterung mit dran. Aber in der Tat sieht es ganz hübsch aus, wenn Sie den Übergang zur Wiese noch ein bisschen schöner gestalten. Den Übergang zur Böschung, indem Sie ganz leicht, das muss nicht viel sein, einfach ein bisschen das C-Gleis einschottern. Das sieht dann schon sehr, sehr realistisch aus. Und es gibt ja viele Modellbahner, die auch dann das K-Gleis von Märklin verwenden. Das muss man komplett einschottern. Da ist also keine Schotterböschung dabei. Beim C-Gleis ist das nicht unbedingt notwendig. Das hat, wie gesagt, bereits diese sehr realitätsnahe Schotterung mit dran. Aber ich finde es ganz schön, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen Realismus gibt. So, jetzt Vorsicht beim Signal. Nicht, dass wir das ankleben. Das wäre nicht so gut. Und da ist das Signal. Das habe ich extra hier rausgenommen. Habe ich in der letzten oder vorletzten Episode gezeigt, wie man die Signale abmacht, damit Sie die nicht aus Versehen kaputt machen, wenn Sie da dran arbeiten. So, jetzt hier noch an der Seite ein bisschen hier rüber. So, hier könnte man zum Beispiel sogar durchgängig schottern. Kann aber dann später natürlich auch noch mal ein bisschen Wiese reinmachen. Oder irgendein anderes Gestein oder Sandpulver hier reingeben an der Stelle. So, und hier in der Mitte mache ich jetzt keinen Schotterkleber rein. Auch keinen Weißlein, denn da kommt noch ein Bahnsteig hin. Und den habe ich aber noch nicht gebaut. Und ich bin immer noch unsicher, wie lange der werden soll. Da brauche ich noch ein bisschen Kommentare von Ihnen bei YouTube. Also, wenn Sie Vorschläge haben zur Anlage, dann rein damit in die Kommentare. Ich mache immer so ein bisschen was, was ich schon mal vorbastle für Sie im Video mit, dass Sie es sehen können. Und so, da machen wir auch noch einen Ticken Schotterkleber hin. Beziehungsweise soll hier, habe ich mir gedacht, eigentlich später diese Rampe stehen. Das heißt, hier müssen wir gar nicht so viel reinmachen. Die mache ich jetzt mal so. Ach, die klebe ich jetzt gleich hin. Was klebt, klebt. Und dann haben wir die schon mal zur Not. Kann ich sie noch mal runterbrechen, vorsichtig, wenn ich noch mal da was von der Farbe ändern will. Aber die soll jetzt einfach hier stehen. Ich klebe sie nicht ganz an die Seite, denn der Zug soll ja auch noch dran vorbeikommen. Und je nachdem, wie breit die Waggons sind, wäre das dann doof. So, jetzt habe ich die mal fixiert. Und jetzt nehmen wir da unten den Leim noch rein. Und hier noch diese Stelle machen wir auch noch kurz mit dem Weißleim zu. So. Also das ist so jetzt die Geschichte. Hier sehen Sie auch, da ist der Prellbox sogar schon richtig hier hinten ganz hoch eingeschottert. Dann machen wir das auch gleich noch voller Leim und machen hier den Übergang richtig schick da hinten. Und da kommt dann sicherlich noch irgendein Busch oder ein Strauch hin, denn das muss natürlich dann alles ein bisschen verwildert sein. So, geklebt habe ich jetzt hier, da, darüber, hier in der Mitte und darunter. Das merke ich mir jetzt einfach mal und mache dabei den Leim wieder zu. Dann trocknet der nicht aus, weil den brauche ich noch die nächsten Male. Und das ist schade, wenn Sie da immer einen neuen kaufen müssen, weil Sie die Dose offen gelassen haben. Oder die, ja, Dose, genau. So, der ist fast zu. Sekunde, machen wir es auch klein. Wenn ich es schon sage, mache ich es auch gescheit. So, und jetzt kommt das nächste Hexenwerk. Und ich kann das immer sehr schlecht dosieren in diesen Tütchen. Deswegen mache ich folgendes. Ich nehme so eine Flasche, wenn die leer ist, und mache da einfach den Schotter rein. Ich glaube, ich habe da hinten in der Schublade, da habe ich mir so eine Flasche sogar leer gemacht. Ich muss sie gleich mal holen. Aber vorher mache ich mal kurz die. Ah, danke schön. So, Kollege hat mitgehört. So, da habe ich mir die einfach aufgeschnitten. Und da mache ich mir jetzt einfach diesen C-Gleisschotter hinein in diese Flasche. Dann kann ich das nämlich wesentlich besser gleich ausgießen, als wenn ich das jetzt einfach hier gleich komplett ausschütte. Also, alte Flasche einfach nehmen. Ich habe mir das oben ein bisschen abgeschnitten. Mit einer kleinen Zange. Und jetzt kann ich einfach hier, am besten macht man es mit einem Trichter. Habe ich natürlich jetzt nicht dabei heute. So, fülle ich das jetzt einfach mal vorsichtig hier um. So. Sie könnten jetzt bei der Gelegenheit natürlich auch den Schotter noch mit verschiedenen anderen Schottern mischen. Wenn Sie sagen, na, das soll alles gar nicht so identisch aussehen, sondern Sie möchten da durchaus mal noch einen helleren oder einen rötlicheren Schotter haben, dann können Sie bei der Gelegenheit das auch in so eine Flasche jetzt hineingeben und können das dann in der Flasche einfach ein bisschen vermischen, schütteln und dann hätten Sie möglicherweise eine andere Schotteroberfläche. So, den brauchen wir erst später. Dann lege ich den mal kurz auf die Seite. Hier in die Seite. Und jetzt geht es einfach hier vorsichtig mit dieser Schotterflasche, mit dem Schottermaterial hier ran. Und das mache ich jetzt einfach ganz, ganz vorsichtig an der Seite entlang. Deswegen habe ich auch das Gleis nicht festgeklebt hier, beziehungsweise an der Seite kein Leim verwendet, dass ich da nicht aus Versehen dahin schottere, wo später die Elektronik sein soll. So, und jetzt ganz, ganz behutsam und vorsichtig einfach hier den Schotter am Gleis entlang hier aufträufeln. Und jetzt wissen Sie, warum ich diese Dose hier nehme, weil das kann man deutlich besser dosieren, wie der Name schon sagt. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, das sieht gut aus. Der fliegt jetzt noch ein bisschen runter. Schwerkraft im Alltag. Und das sieht aber schon ganz gut aus. Dann machen wir das auf der anderen Seite. Da habe ich noch gar nicht geklebt hier. Machen wir das weiter. So, hier an der Seite auch. Und jetzt einfach bis zu meinem Tunnelportal hinter. Und Sie sehen, was das für einen schönen Übergang gleich gibt. Na, das sieht schon ganz, ganz anders aus, als wenn man nur das C-Gleis nimmt, das, wie gesagt, auch schon diese schöne Böschung dran hat. Aber so wirkt es einfach nochmal einen Ticken realistischer. Da nehme ich jetzt ein bisschen mehr. Dann ist diese Oberfläche auch gleich ausgeglichen. Hier können wir theoretisch sogar ganz reingehen. Dann können wir den Prellbock, der eh schon ein bisschen eingeschottert ist, hinten auch noch einschottern. Dann haben wir hier richtig so einen Schotterberg. So, dann haben wir das hier vorne an der Seite. Da gehe ich jetzt auch mal vorsichtig unten entlang. Und schotter das auch hier ein. So. Ja. Das hat funktioniert. Und das, was übersteht, das kommt einfach später mit dem Staubsauger weg. Jetzt kommt noch die Tunnel-Einfahrt hier vorne. Da gehe ich ein bisschen, sehen Sie, da kann ich gar nicht so genau dosieren, weil ich nicht so gut hinkomme. Deswegen ist das so, an der Stelle, da wo der Leim ist, bleibt der Schotter. Und da, wo er nicht ist, sauge ich ihn später einfach mit dem Staubsauger wieder ab. Und auf der anderen Seite genauso. So, jetzt sehen Sie es nicht richtig. Dann mache ich es von der Seite. Aber da komme ich jetzt nicht so richtig gut hin. Also fange ich hier vorne an. So, dola. Einfach ein bisschen hinten klopfen. Und die Flasche dann ein bisschen schräger halten. Und dann geht das hier so, Auge mal Pi, geht das durch. Das verrutscht sich eh noch ein bisschen, denn diese Kügelchen bringen sich eigentlich selber in Form. Fallen dann so ein bisschen an der Seite runter. Da brauchen Sie gar nicht viel Hilfsmittel haben. Und so, je weiter höher Sie die Flasche nehmen, desto breiter wird natürlich dieses Schotterbett an der Seite. So breit müsste es jetzt gar nicht sein. Da können Sie ruhig auch ein bisschen sparsam vorgehen. So, jetzt hier drinnen noch ein bisschen einschottern im Tunnel. So, das hätte man natürlich sinnvollerweise auch machen können, bevor man das Tunnel baut. Aber ich würde sagen, das ist ganz gut geworden, oder? Das sieht ganz ordentlich aus. Da hinten habe ich noch so eine kleine weiße Stelle gesehen. Genau, und das würde ich jetzt, oder was heißt würde, das mache ich jetzt einfach auf der gesamten Anlage. Sie schauen doch mal bitte ganz kurz, wie das hier aussieht. Also, da ist jetzt mein Schotterbett schon entstanden. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt sehe ich hier unten drunter noch die weißen Stellen. Das ist also da, wo der Leim noch ist. Und das heißt, ich kann das auch hier an der Stelle noch weitermachen. Da sehe ich auch noch den weißen Leim. Das ist mal ein ganz guter Anhaltspunkt, wo man noch schottern darf. Und ich würde Ihnen also durchaus empfehlen, machen Sie sich große Bahnen erstmal mit Leim voll. Und dann müssen Sie nicht immer wieder neu ansetzen. So, hier kann ich jetzt ein bisschen nach oben gehen. Dann könnte man das auch hier ganz zumachen an der Seite. Und jetzt sieht das schon, ja, ich würde sagen, das sieht schon ziemlich realistisch aus. Genau, das wäre jetzt so das große Hexenwerk. Und das müssen wir jetzt noch fixieren, diesen Leim, beziehungsweise diesen Schotter. Und dazu nehme ich den anderen Kleber her. Und zwar habe ich diese weiße Flasche hier noch. Das ist auch ein Weißleim eigentlich, wasserlöslich. Und also unter uns, das ist eigentlich nichts anderes als ein Weißleim mit einem Spülmittelgemisch. Aber eben doch ein bisschen besser. Also es gibt immer so ein paar Profis, die sagen, aber so kann man sich doch besser mischen. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es noch nicht geschafft, mir so einen Leim so selber zu mischen, dass er wirklich so funktioniert, wie den man kaufen kann. Es hat einen Grund, warum das Zeug eben auch für den Fachhandel so ist. Und dementsprechend nehme ich den sehr, sehr gerne her. Und wie gesagt, diese Pipetten sind auch sehr wichtig, denn jetzt kommt folgendes Kunstwerk. Jetzt müssen wir diesen Schotter hier fixieren. Und dazu gehen wir vorsichtig hier mit der Flasche einfach ran. Gehen hier Tropfen für Tropfen einfach runter. Wenn sich diese Tropfen dann auflösen, dann binden die sich mit dem Schotter und das Wasser oder der Leim verteilt sich hier in der Oberfläche und dann klebt das Ganze über Nacht komplett aus. Und wenn Sie das zu weit oben halten, dann kriegen Sie richtig so Krater, so Einschusslöcher, weil das natürlich hier dann die Schottersteine nochmal ein bisschen verändert. Aber wenn Sie das ganz langsam und behutsam machen, so wie ich das hier mache, dann läuft das hier einfach runter. Und Sie sehen das gleiche, es leuchtet dann kurz auf durch diesen weißen Schotterkleber und dann verklebt das über Nacht eigentlich wunderbar. Also da müssen Sie einfach ein bisschen geduldig sein. Wenn Sie das zu schnell machen, dann sieht das später nicht besonders gut aus. Dann haben Sie da so ein hartes Gemisch. Und man braucht da auch gar nicht so viel... Jetzt ist er runtergetropft. Man braucht da auch gar nicht viel davon. Das sind einfach nur Tropfen, die man da reingibt. Schauen Sie jetzt zum Beispiel ein bisschen zu viel drauf. Also einfach ganz behutsam hier an der Seite drauf. Wenn das so passiert, dann einfach mal ein bisschen schütteln und mal die Flasche umdrehen. Dann kommen wieder die Tropfen raus. Und auch da, wenn da ein bisschen was ins Gleis kommt, es ist jetzt kein riesengroßes Drama, aber passen Sie auf, dass das dann nicht zu viel wird. So, sehen Sie, jetzt sind die Tropfen, wenn die zu groß sind, dann laufen die nicht richtig ab. Also einfach ein bisschen Geduld haben dabei. Die finden schon ihren Weg, diese Tropfen. Und verbinden sich mit dem Untergrund. So, da rein damit. Rein damit, rein damit. Da ist es jetzt so ein kleines Geduldsspiel. Das müssen Sie einfach überall machen. Und ich gehe hier auch nochmal ran. Wenn Sie hinten auf der Flasche drücken, wird es natürlich mehr. Aber dann ist natürlich die Gefahr auch, dass es dann nicht mehr so schön wird. So, hier ist jetzt ein bisschen zu viel. So, ganz langsam. Es lässt sich nicht vermeiden, dass es manchmal ein bisschen viel wird. Aber wie gesagt, es verteilt sich, wenn das nur die Tropfen sind, sehr, sehr gleichmäßig. Und dann haben Sie genau diesen Effekt, den Sie haben wollen, dass der Schotter damit einfach über Nacht fixiert wird. Das lassen wir jetzt einfach eine Episode lang trocknen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Und dann ist unser Schotter richtig schön überall an dieser Stelle fixiert. Und das wird dann sehr, sehr gut aussehen. So, jetzt nehme ich nochmal kurz meinen Lappen her. Da habe ich ein bisschen gebarzelt. Das soll nicht sein. Hier ist es nicht so schlimm. Schlimmer wäre es an der Weiche. Aber das ist alles gut geworden. So, ja, ich würde sagen, das sieht auf den ersten Blick schon ziemlich gut aus. Was meinen Sie? Schauen Sie mal hin, ob Ihnen das gefällt. Ja, ich würde sagen, das kann man so lassen. Und hier gehen wir später wieder mit einem Leim gemischt drüber und machen dann die Begrasung an der Seite. Aber deswegen vorher die Steine auftragen. Denn in der Realität ist es ja auch so, dass Sie erst den Schotter sehen und dann das Gras drüber und nicht andersrum. Also, das ist dieser C-Gleisschotter von Busch, den ich Ihnen da sehr empfehlen kann. Es gibt auch noch andere Hersteller, die auch noch einen C-Gleisschotter haben. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, ob ich noch einen finde von einem anderen Hersteller. Ja, ich habe auch noch hier einen gefunden. Also gibt es auch von, ja, von Noch gibt es auch einen. So ein kleines Päckchen. Da sind immer so 250 Gramm drin. Hier Busch. Also, wie gesagt, schauen Sie mal nach dem C-Gleisschotter. Der passt natürlich wunderbar zu diesem Gleis dazu. Und da brauchen wir jetzt auf der Anlage wahrscheinlich so drei, vier, fünf Päckchen. Mal schauen, wie viele es am Schluss werden. Denn jetzt machen wir das überall ringsrum, bevor wir uns dann in den nächsten Episoden um die Begrasung kümmern. Und mittlerweile sieht das alles hier schon sehr gut aus da oben. Das heißt, wir müssen dann überlegen, wo soll das Gras eigentlich hin? Und was wir auch noch machen, ist, wir bauen ja unsere Straße. Und da habe ich Ihnen noch ein Material mitgebracht. Schauen Sie mal. Das ist ein ganz tolles Material. Das ist Steinkunst von Vollmer. Und das ist ein spezieller Quarzsand hier. Ein spezieller Stoff, den wir hier drauf machen können als Vorplatz zum Beispiel. Ich lege das mal kurz hier aus. Da haben wir eine ganz, ganz tolle, realistische Struktur hier für dieses Kopfsteinpflaster. Sieht wunderbar aus und ist eine richtig schöne dicke Folie, die wir mit dem Bastelmesser hier jetzt gleich ausschneiden können. Und die können wir zum Beispiel auf diesen Vorplatz legen. Das heißt, ich gehe mal gleich hier davon aus, dass das hier so eine Industriefläche wird. Und jetzt kann ich das schon mal anlegen hier unter dem Bahnsteig beziehungsweise auch unter meinem Bahnhofsgebäude und kann mir das schon mal anzeichnen, wie ich das dann später haben möchte, während schon mal mein Schotter hier ein bisschen klebt. beziehungsweise fest wird. Also das ist zum Beispiel auch noch eine Sache, die wir dann in den nächsten Episoden noch fixieren müssen. Und wir müssen uns um die Straße noch kümmern, denn mittlerweile ist unser Leim hier getrocknet. Und hier ist noch dieses Betongranulat drauf. Das müssen wir im Staubsauger noch wegmachen. Und dann können wir auch die Straße noch mal mit einer grauen Farbe schön anmalen. Und dann sieht die richtig toll aus wie eine Asphaltstraße. So, das ist jetzt so die Aufgabe, die wir haben. Wenn Sie das machen, also wie gesagt, aufpassen mit dem Schotterkleber. Ich schotter hier gleich noch mal ein bisschen weiter, damit Sie das auch noch mal sehen können, wie das funktioniert. Und das dauert einfach eine Weile, aber ist eine wunderschöne Ausgestaltung der Anlage, wo man eben sehr schön sehen kann, aha, da war ein Profi am Werk. So, da ist noch ein Pinsel. War das jetzt mal ein Schotterpinsel? Wahrscheinlich nicht, aber egal. So, also da war der Profi am Werk, denn das sieht einfach noch mal ganz anders aus, wenn Sie hier Ihre Gleise noch mal schön seitlich einschottern. Sie sehen auch, ich habe hier eine Grundierung drunter gemacht, dass man auch nicht einfach nur auf dem hellen Holz hier einschottert. Sie sehen, es ist an sich egal. Es ist so viel drüber jetzt von dem Schotter. Es wäre wurscht gewesen, ob ich da jetzt drunter male oder nicht. Aber, ja, ich mache es gern. Ich mache es gern aus einem ganz einfachen Grund, weil man sieht auch schon, während man bastelt, einfach die Landschaft. Also, es sieht einfach nicht so schön aus, wenn man so wochenlang vor der kahlen Anlage sitzt. Und ich finde, es sieht einfach jetzt schon richtig schön grün aus hier. Es macht jetzt schon Spaß. Es ist ein bisschen für die Katz eigentlich, weil so viel braucht man gar nicht. Aber es sieht von der Grundierung einfach besser aus. Und beim Gras, glauben Sie mir, Sie werden es später sehen, ob da einfach eine Grundierung drunter ist an Farbe oder nicht. Und hier beim Schotter ist es in der Tat jetzt ein bisschen egal. Aber so kriege ich auch die Übergänge viel fließender zwischen Gras und dann eben dem Schotter. So, das müssen wir jetzt überall machen. Hier unten natürlich auch noch an der Seite. Das mache ich mal hier oben weiter. Und, ja, da ist man jetzt schon so vielleicht zwei Stündchen beschäftigt, bis die ganze Anlage komplett eingeschottert ist. Also, deswegen ist das jetzt gerade so der richtige Zeitpunkt, das mal zu machen. Hier vorne an der Weiche auch noch mal hier vorne. Da schön einschottern, hier. Und das ist auch so ein kleiner Point of No Return. Denn wenn wir das jetzt gemacht haben, dann will man die Gleise natürlich auch nicht mehr wegmachen. Aber ich habe die Gleise ja in den letzten Episoden festgenagelt, also nicht genagelt, geschraubt, Entschuldigung. Man hätte sie auch mit einem Heißkleber festmachen können. Und durch dieses Einschottern bekommen die natürlich jetzt trotzdem noch mal mehr an Stabilität. Also, die werden jetzt noch mal stabiler. Das heißt, die sitzen jetzt dann richtig fest auf der Anlage drauf. Das ist also der große Vorteil, den wir jetzt hier haben, dass wir da, jo, das alles drauf haben. No, ich mache das jetzt einfach ein bisschen mal. Ich weiß nicht, wie sieht diese Zeit aus? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Nö, ich würde sagen, an der Stelle mache ich einfach alleine weiter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn das alles fertig eingeschottert ist. Und dann kommen wir langsam zum Thema grüne Wiesen und zum Thema Ausgestaltung. Also, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut.